Sei kein Feigling! Komm her, verdammt! Aber wir haben eine Axt. Wir müssen nur mal an ihn rankommen. Und... PAUCH! Fick dich, Kidman! Das war ein Fehler. Da bist du ja! Äh, äh, nein! Hier ist eine Axt, hier ist eine Axt! Okay, wie viele Äxte brauchen wir denn wohl für ihn? Kommt der? Jetzt sollten wir hier einfach mal weitersuchen. Wo es hier vielleicht noch eine Axt gibt. Sei kein Feigling! Komm her, verdammt! Ha, 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 ha! Okay, er ist da hinten. Wir müssen jetzt wieder von hinten an ihn ran. Joseph mag's von hinten, müsste er wissen. Ha, 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 ha! Du kannst dich nicht verstecken! Weit kannst du nicht sein! Der hellste ist er ja nicht, ne? Das muss man, äh, muss man definitiv sagen. Ah, ah, ha, ha, ha! Scheiße! Renn nicht weg! Ich erwisch dich sowieso! So, wir brauchen noch eine Axt! Mindestens noch eine! Die Frage ist jetzt, woher? Auch eine wichtige Frage ist, wo ist Joseph? Ich meine, man kann ihm ja ganz gut ausweichen, so ist es nicht. So ist es ja nicht. Da ist noch eine Axt. Oh, da ist ein Joseph. Das läuft bisher ganz gut. Gucken, wie oft wir ihn erwischen müssen. Ist das vielleicht so ein Mario-Boss? Also so dreimal und fertig? Ich wüsste auch nicht, wo wir sonst noch Äxte herkriegen sollten. So ein bisschen, ja. Doch, bin ich ja ganz ehrlich. Da kannst du mal stehen bleiben, bitte. Und tschüss, Mann. Hoffe ich. Jawohl. Das sieht gut aus. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ob wir auch noch gegen Wächter kämpfen müssen? Oder mit Wächtern zu tun haben später? Diese Kofferköpfe da aus dem Hauptspiel. Und was ist eigentlich aus der Lampenlady geworden? Hat die sich verpisst, seitdem wir ihr ins Auge geschossen haben? Und das ist ein langer DLC, ne? Guck mal, wir sind jetzt in Folge 11. Da ist, äh, ich hätte nicht gedacht, dass der DLC so umfangreich ist. Finde ich echt gut. Und vor allem, das ist ja auch erst der erste Teil. Weil, äh, es gibt ja noch eine zweite Hälfte dann, dieser Geschichte hier. Und dann gibt's ja noch den dritten DLC. Der hat aber dann mit, äh... Kidman nichts zu tun. Hallo! Na? Freue mich, dass sie hier sind. Wir gehen hier hinten nochmal gucken. Bevor wir das Haus verlassen. Denn jemand... ...hat uns eine Botschaft hinterlassen. Miss Kidman, bitte erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Nächste Frage. Nein, wir haben dieses Gespräch schon so lange hinausgezögert. Es ist wichtig, damit wir Sie besser verstehen. Sie haben sich nie um mich gekümmert. Ging immer nur um Ihre Kirche. War aber eher eine Sekte. Es war wie eine Strafe. Nichts, was ich getan habe, war gut genug für Sie. Wurden Sie misshandelt? Nein. Eher ignoriert. Als ich abgehauen bin, war Ihnen das egal. Sie haben nicht mal nach mir gesucht. Und Sie wollten nie zu Ihnen zurück? Doch. Ein paar Jahre später. Sie waren fort. Alle waren fort. Es war, als wäre die ganze Stadt umgezogen. Ich hätte etwas empfinden sollen. Hab ich aber nicht. Und wie denken Sie jetzt darüber? Immer noch so. Sollen Sie doch verraten. Aber es ist eigenartig. Es gab eine Statue in der Stadt. Ein Engel, der das Gesicht in die Hände gelegt hatte. Als ich klein war, dachte ich immer, er sei traurig. Jetzt glaube ich eher, dass selbst die Statue wusste, wie erbärmlich das Leben dort war. Ein schrecklicher Ort. Friede, Freude, Heiterkeit. Am schönsten ist es doch zu Hause und so. Dieses Spiel baut einen wirklich auf. Ist das eine Lampe? Kann ich die mitnehmen? Komm, ist doch viel handlich, heißt deine Taschenlampe da. Was haben wir hier? Puppenköpfe. Natürlich! Was, wenn nicht Puppenköpfe? Und was ist das hier für ein Bild? Kann man kaum erkennen. Es ist wirklich ein umfangreicher DLC. Jede Menge Inhalt. Finde ich gut. Das ist nicht selbstverständlich bei DLC. Ja. Ein weitflächiges Areal. Dunkelheit, Gewitter, Nebel. Ich denke, hier dürfen wir gleich wieder schleichen. Liegt hier noch eine Botschaft? Oder ist das einfach nur blutverschmiertes Papier, das jemand da abgelegt hat? Eine Statue mit einem Engel, der sich die Hände vor das Gesicht hält. Wir sind zu Hause. Beziehungsweise, die Impfung hat vielleicht doch nicht ganz so gut funktioniert, wie die Firma sich das vorgestellt hat, Mobius. Denn ganz offensichtlich ist Ruvik doch in der Lage, in Kidmans Gedanken einzudringen und sie zu manipulieren. Wie sonst soll er hier dieses Dorf erschaffen haben? Obwohl, vielleicht ist dieses Dorf ja Kidmans Version der Nervenheilanstalt. Also ihr eigener kleiner Flecken hier innerhalb des Stem. Nicht gut. Nicht gut, dass es dunkel wird. Ist das ein Wächterkopf? Ne, Lampenlady. Lampenlady hat ihren Kopf hier gelassen. Oh nein. Oh nein. Wir haben zwei Lampenlady-Köpfe, aber wir haben drei Podeste. Ich habe ein richtig mieses Gefühl bei der Sache. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe so ein leichtes, so eine leichte Ahnung, wo der dritte Kopf sein könnte. Die Statue ist weg. Das fällt mir jetzt erst auf. Aber das garantiert nicht so einfach, wie es jetzt den Anschein hat. Wie ich in einer früheren Folge schon mal sagte, nichts in diesem Spiel ist so einfach, wie es den nächsten Anschein hat. Hier kommt noch irgendwas. Hier kommt noch irgendwas. Irgendwas passiert noch. Kommt auf. Das gefährliche an der Lampenlady ist ja, von der können wir nicht richtig weglaufen. Weil wenn die uns entdeckt, werden wir langsamer. Langsamer als sie. Das heißt, wir können uns zwar verstecken und wir können eine Flucht über eine kurze Distanz. Was war das? Hm, lecker. Erinnert ihr euch an diesen komischen Hund? Diesen riesigen Hund aus dem Hauptspiel? Da denke ich gerade dran. Scheinwerfer. Die Form dieses Scheinwerfers kommt dir merkwürdig bekannt vor. Hm, er ist voller Fettspritzer und riecht nach Blut. Das wohl kommt. Das ist zu, dass ich mich hier verpisst. So schnell wie möglich. Ganz schnell weg hier. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das jetzt hier so langsam der Abschluss der ersten Hälfte ist. Von The Assignment. Moment. Das ist halt alles so ein bisschen so, äh, Endareal-Feeling hier. Es werde Licht. Ah, warte mal. Alle vier zusammen? Okay. Da ist die Statue wieder. Aber was hat uns das gebracht? Ah, ist auch nicht die Tür. Das war überraschend ereignislos. Was ist da los? Spiel, du schwächelst. Aber was interessant ist immer, wenn wir uns hier dieser Tür genähert haben, wenn wir quasi in den Lichtschein von dem einen Scheinwerfer gegangen sind, habt ihr diesen, diesen Bildschirm-Effekt hier am Bildschirmrand gesehen? Das ist genau der gleiche Effekt, den die Lampenlady hatte, wenn sie uns im Visier hatte. Die Lampenlady Katakomben. Obscuritas lässt einmal mehr grüßen. Obwohl das ein gemeiner Vergleich ist, weil Obscuritas wesentlich später rauskam als The Assignment. The Assignment ist ja schon einige Zeit draußen. Ich müsste jetzt lügen. Also ich müsste nachgucken, wann das veröffentlicht worden ist. Seit wann gibt es Evil Within? War das letztes Jahr oder sogar schon das Jahr davor? Im Leben und in Gedanken suchen wir stets nach einem sicheren Ort, an den wir immer zurückkehren können. Nachobacht nicht mit mir! Wir erschaffen diesen Ort im Geist und fühlen uns von ihm angezogen. Sie hatten ein Zuhause. Aber nun ist dieser Ort hier bei uns. Äh, nein. Da reden wir nochmal drüber, Freundchen. Bin nicht mit einverstanden. So allmählich. Also, gerade wollte ich noch sagen, so allmählich könnte ich auch mal wieder einen Speicherpunkt gebrauchen, weil jetzt gerade so ein bisschen die Zeit davon läuft. Ich muss Pause machen hier. Herz allerliebst! Hier fühlt man sich doch sofort sicher und geborgen. Wunderschönes Bild. Also wenn man sich hier jetzt nicht entspannen kann, Füße hochlegen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ruben hat keine Ahnung, was er getan hat. Aber es ist ihm auch egal. Typisch. Er hatte noch nie Angst vor Mobius. Der STEM-Prototyp funktioniert, aber nur wenn Ruben angeschlossen ist. Er hat das System so angepasst, dass es nur mit seinem Hirnwellenmuster funktioniert. Ich habe ihn zu lange mit dem Ding allein gelassen. Ihm blind vertraut. Trotz meines Wissens kann ich das System jetzt nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann nicht einfach einen Knopf drücken. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Die wissen das auch. Aber dafür halte ich nicht den Kopf hin. Ich werde ihn die Sache in Ordnung bringen lassen. Ich will nicht wissen, was sie mit ihm machen, wenn er sich weigert. Naja, wir haben ja eine ganz gute Vorstellung davon, was sie mit ihm gemacht haben, weil er sich geweigert hat. Genauso wie ich eine ganz gute Vorstellung davon habe, was ich jetzt mit diesem wunderschönen Sofa und der kleinen Mieze davor anfangen werde. So, der Spielstand ist gespeichert. Ich mache an dieser Stelle eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Evil Within The Assignment weiter. Wenn wir Julie Kidman weiterhin dabei helfen, Leslie zu suchen, Ruvik auszuweichen und ganz viel kranke Scheiße durchzumachen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei und unterstützt mich tatkräftig. Bis dann.